Und da sind wir wieder mit dem nächsten Teil... wir machen weiter... guten tag guten tag, guten tag, guten tag guten Abend guten Abend og 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 ndis at Kattama genau eine Münze eine Münze, ja, eine Münze zwei Münze Diamonds, äh, oh, oh, yeah. Und... Na, 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 na. Wo ist das? Was ist das für Fenster? Ah, es geht sogar auf. Da war nämlich die dritte Münze. Klang, 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 klang. Spielkind. Ja, ja. Steh dazu. Dann ist ja gut. Obwohl, dann kann ich dich ja nicht mehr... Ach, guck er an. Ach, du Scheiße. What the fuck? What the fuck? Ich hab mir jetzt letztens nochmal das Lied dazu angeguckt. Ey, das hört sich ja an. Da muss ich immer an uns denken. Ah, ja. What the fuck? What the fuck? Hier steht, Bucky ist flotter, flotter. Mit trockenen Füßen ruckzuck ans Zipp. Ob Bucky das selbst geschrieben hat? Bucky hat ein Auge fürs Detail. Er kümmert sich um seine Schilder genauso sorgsam wie um seine Boote. Ah, Professor. Zum Thema Schilder fällt mir da ein ganz tolles Rätsel ein. Dören Sie mal. Schilder drehen. Ach, Nanu. Wer hat denn an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das Schild besteht aus neun Holzplatten. Dreht man eine Platte um, so drehen sich andere Platten ebenfalls mit um. Berühre die Platten nebeneinander, bis das ganze Schild sichtbar ist. Dann viel Spaß. Ach, danke. Man, hey! Ha! Ja! Kinderspiel! Kein Rätsel ohne Lösung. Natürlich. Richtig! Eine mögliche Reihenfolge, die Plattform zu berühren, ist Mitte, oben, rechts, oben, links und links und rechts. Eine Tasse Tee wäre jetzt genau das Richtige zur Entspannung. Natürlich. Der Anfang hört sich an wie eine Sirene. Na, hat sie Ihnen gefallen? Allerdings. Eine interessante und überaus gut durchdachte Kopfnuss. Natürlich. Ich habe noch mehr davon in petto. Wenn Sie mal die Rätsellust packt, sagen Sie mir einfach Bescheid. So, faszinierend. Ja, toll. Du musst doch Brot fahren, das weißt du, ne? Ja, aber wie viele Münzen habe ich jetzt hier schon gehabt? Waren das zwei oder waren das erst eine? Ach, ich habe es vergessen. Ich glaube, jetzt hast du zwei. Glaube ich auch. Hm, hier unten vielleicht am Steak? Da ist die dritte. Am Steak? Am Steak. Steaklitz. Kannst du Steaklitz? Fahr doch erstmal Zuzug. Ach, Zuzug? Ja, Zuzug. Wir fahren mit der Zuzugbahn. Ich komme da. Ach nee, gehen wir mal da. Wir haben das. Schau dir diese Strecke an. Schau. Äh, diese nüchtern... Dieses nüchterne Design, dieses... Diese gerade Linien. Eine symmetrie... Symmetrische... Eine symmetrische Meisterleistung. Und du willst sie wirklich mit einer zweiten Strecke verschandeln? Überleg dir das bitte noch einmal. Ähm... Was? Nein, 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 nein. Hallo? Der Zug entgleist! Was ist denn? Nein, 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 nein. Äh. Oh, nun war ja toll, der Zug. Das war ja toll. Na, toll, toll, toll. Die musst du alle abfahren? Ach du Scheiße. Äh, fünf. Hä? Ach, da ist... Da sind auch noch zwei. Ja, ja, ja. Tja, darauf komm ich nicht. Boah. Boah. Boah, boah, eh. Boah, boah, eh. Boah, 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 eh, eh. Boah, boah, eh, boah, eh, boah. Oh, jeden Fall. Also wenn die Schienen in echt auch so sind, na, dann hat man viel Spaß. Ach nee, warte mal, der Zug startet ja auch von da. Deswegen wird's da knallen. Boah, das soll ich nur einmal sein. Ja, genau. Boah, mein Gung. Tja, wie macht man das jetzt am besten? Boah, mein Gung. Boah, mein Gung ist. Hey. Vielleicht nehme ich dich ja mal irgendwann mit. Ja, bestimmt. Oh Gott, jetzt gleich jemand... Aber ein Zugunglück. Oh Gott. Schneller auf Stop drücken, bevor... Oh, 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 nein, stopp! Ja. Puh, gerade noch gut ging. Das passt jetzt noch nicht mal. Was soll das denn jetzt? Lössen. Puh! Ah. Ich habe doch ordentlich, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich werde wieder auf dem Stopp. Oh Gott, guck, die hat es an hier. Das ist ja nur ein Dreierzuch. Der ist ja kürzer. Aber... Oh, 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 oh! Scheiße. Unfall! Nein! Voll in die Seite rein. Flattenfahrt. Alle Personen tot. Keiner überlebt. So, wir sind angekommen. Heute fallen wir mal aus. Fahren wir mal nicht durch Essen und Dortmund. Genau. Äh, ja, das geht noch nicht. Scheiße, ich komm nicht weiter! Mano! Naja, das klappt ja nicht. Das klappt ja mal überhaupt nicht. Na, überhaupt nicht klappt bei dir. Na, aber ja, eben schon. Wenn wir das so machen, dann klappt das auch nicht. Ja, das wusste ich aber auch schon vorher, doch. Einmal rumfahren? Ich glaube, da reicht der Benzin nicht. Doch reicht. Ja, genau. Ja, genau. Das könnte aber linken werden. Ah, ich liebe es, wenn es eng wird. Aber so kreuzten wir uns nicht. Aber so kreuzten wir uns da erstmal nicht. Ja. 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 Ästhetik ist geschafft. Ja. 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 Ja, 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 ja. Der wurde von seiner Besitzerin sicher mit Freude getragen. Mit Haaren. Wohl kein Auktionsstück, aber sehr kunstvoll gefertigt. Natürlich. Genauso wie du. Ja, ich weiß, ich weiß. Ah! Ein überaus massiver Staudamm. Von hier aus wird wohl das Wasser Richtung Stadt geleitet. Das würde auch den gleichmäßigen Wasserstand der Kanäle erklären. Ah ja. Du, eine Münze. Eine Münze. Oh, da ist ein Geheimnis. Into the Forest. Na nun, das sieht mir ganz nach einem versteckten Rätsel aus. Luke, willst du mal probieren? Da ist Beutertens hier, natürlich. Nein. Das ist mein Repertoire an Utensilien für mein Boot. Bin ich mal sehr müde, verwende ich eines meiner Hilfsmittel und schon kann es weitergehen. Das Utensil sorgt alles... Langsam. Das Utensil sorgt also dafür, dass es wieder vorangeht, wenn ich mal wieder das Alter spüre. Welches Utensil ist das wohl? Die Wattbäuschen hier. Warum? Keine Ahnung. Ich würde E sagen. Machst du? Ich sag C, aber mach erstmal E. Wir machen erstmal C. Ja, ist ja gut. Tötet mich alle. Mich auch. Dann doch mal ein Rausch. Da ist bestimmt ein Motor versteckt dran. Auch nicht. Okay, dann die Paddel. Mann! Mann! Das war mal sehr erfolgreich. Ja, das kann es ja nicht sein. Da kann es ja nur 10... Ah, nee, 10 hatten wir ja schon. Es ist ja nur B. Und voila. Meine Antwort. Äh, B. Äh, B. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Richtig. Mit dem praktischen Utensil B kann ich mein Boot einfach abschleppen lassen. Ich hänge es bei beiden Booten ein und schon geht's weiter vorwärts. Tja. 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 Mittlerweile erschüttert uns nichts mehr. Nee, überhaupt nicht. Allerdings. So, hier haben wir auch keine Münzen mehr. Ich will mal gucken. Aber ich hab erst einen. Da ist mein Leipzig. Da ist die zweite Münze. So, und wo ist die dritte Münze? Da ist es. Ich kann nicht sagen. Ja, wer wird denn? Oh, oh, oh. Ich bin mir jetzt nicht löst. Platsch, 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 platsch. Du hast etwas Tolles für deine Kuriositätenkiste gefunden. Kaputter Kompass. Da muss ich drücken. Äh, achso, da geht's weiter. Tschüss. Schöp, 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 schöp. Miau. Ein Eisenturm mit Löwen? Hm, ganz schön pompös. Schade nur, dass es so verfallen ist. Die Villa Baruch befindet sich weiter oben. Ja, genau. Das zeigst du schon mit Fingern drauf. Vielleicht macht der Mitschakachi wieder hier. Miau, Brauns. Keine Lätsel verfügbar. Kleine Lätsel, ja? Das heißt, dass wir in Kapitel 4 alle Lätsel gefunden haben, aber das kann ja gar nicht sein. Braum kann das Lätsel ein? Zeig ich dir. Na, Lut. Guck mal. Hallo. Schlimm dir. Vielleicht jetzt haben wir da Läuel. Oh, boah, das muss ja kein Rätsel sein. Ja, was denn sonst? Ja, das, äh... Und darüber hinaus, bei den Episoden... Da kommen wir ja vielleicht noch hin. Das wird ja nur... Die Rätsel sind ja nur gesammelt, zu denen man nicht mehr kommt. Ja, gut. Münzen, eins. Münzen, eins. Münzen, zwei. Münzen, zwei. Münzen, drei. Wiederhol das. Münzen, Münzen... Mann! Oh, du musst wieder gehen. Meinem Superintendent, ich bin damals eigentlich. Ach du, Schande. Ja, ach du, Schande haben wir schon. Es ist eine Mitternacht hier. Was ist der größte Winkel zwischen hier und jetzt? Was willst du? Nichts. Ich will Münzen. Ich will Münzen. Meine Güte, dass man sich so wenig an Münze aufregen kann. Ja, ja. Das kann euch. Das ist doch noch immer, wenn man hier alles schon angeklickt hat. Ja, ich sag dir gleich Bescheid. Warte mal, hier hinten vielleicht. Das ist so lahmweinig. Nein, sag sowas nicht. Ja, wenn einer irgendwie wild auf dem Bildschirm rumklickt und da immer so kleine Kreise kommen, die sie nach noch nicht mal einer Sekunde auflösen und der trotzdem keinen Erfolg hat. Ja, da kann er nichts für. Doch, nur du. Du spielst doch hier. Ach, ich spiel ja, genau. Da ist sie doch. Also. Gehen wir mal rein. Ja. Ein Millimeter vorwärts. Und hier geht das Klicken weiter. Oh nein, doch nicht. Wirklich eine Schande, diesen herrlichen Besitz so verkommen zu lassen. Dabei war es ehemals sicher sehr prächtig. Finden Sie nicht auch? Hier könnte man noch einen tollen Blumengarten anlegen. Früher war es hier wirklich sehr schön, aber seit Herrn Bart's Tod wundert sich, wuchert alles nur noch so vor sich hin. Nun, ich wundere mich auch nicht mehr und irgendwie müssen wir uns einen Weg durch dieses Gestrüpp bahnen, wenn wir ankommen wollen. Mit einem Rätsel. Wir bahnen uns unseren Weg mit einem Rätsel. So weit. Der Garten des Rätsel-Bart-Anwesens wird schon seit geraumer Zeit nicht mehr gepflegt und ist daher völlig verwittert. Auf einem verwitterten Schild steht Hilf dem Professor und seinen Begleitern durch den Garten. Jedes Feld bis zum Ziel muss in der richtigen Reihenfolge betreten werden. Nach 8 kommt wieder die 1. Willst du dich jetzt verarschen? Ja. Alter, was soll das denn jetzt? Oh, das ist doch eine coole Macht. Dann machen wir Bimme im Sloss und sagen bis zum nächsten Mal in der Welt. Adieu! Und ciao.